Gutes Straßenverkehrsmanagement ist entscheidend für möglichst treibungslose Mobilität. In Bayern wird die Verkehrssteuerung permanent durch zahlreiche Maßnahmen optimiert. Die Verkehrssituation wird von der Verkehrszentrale in Echtzeit analysiert, um Staus zu verhindern. Ein wichtiger Faktor ist auch die schnelle Verarbeitung von Verkehrsmeldungen, um Autofahrer frühzeitig zu warnen und über Umleitungen zu informieren. Wie gelingt das im Freistaat? Das Bayern-Infosystem empfängt permanent Daten aus verschiedenen Quellen. Eine Verkehrsredaktion prüft diese Daten und erstellt Meldungen. Für Tagesbaustellen wurde ein besonders effizientes Frühwarnsystem entwickelt. Beim Einrichten einer Tagesbaustelle sendet der Warnanhänger automatisch eine Meldung zum genauen Standort der Einsatzstelle und zur gesperrten Spur in die Zentrale. Umgehend erscheint dort eine Verkehrsmeldung. Diese wird dann zeitgleich in den angeschlossenen Navigationsgeräten im Fahrzeug, in der Bayern-Info-App und auf der Website angezeigt. Sind die Arbeiten abgeschlossen, wird das über die Einstellung am Baustellenanhänger angezeigt und entsprechend wird die Meldung umgehend aus allen Informationssystemen entfernt. Das Bayerische Verkehrsministerium sorgt für modernste Systeme für die Mobilität der Zukunft. Nutzen Sie unsere Informationsplattform Bayern-Info und kommen Sie sicher und schnell ans Ziel.